Das ist ja geil, wenn ich dich reifen kann. Jetzt tut mir nicht weh. Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil hier auf Y-Play. Wir zusammen mit dem Dominik. Grüß euch. Und wir spielen Tekken, ein weiteres Jurassic Play. So, was ist? Wir haben uns nicht warm gespielt, aber wir kennen das Spiel natürlich, beide. Wesfie, wieso steht hier dieser kleine Piccolo hier? Denn die Bestrafung wird sein Champagne Shower. Ich zeig mal, wie das ungefähr sein wird. Ja! Als Hobby-Alkoholiker würde ich mich auch freuen, zu verlieren. Guter Topf. Ich mag keinen Sekt, auch keinen Champagner. Das ist eklig. So, und ich bin nämlich König direkt schon mal an. Ich bin so ein Knopfvergewaltiger. Okay, lass es jetzt, warte. Ja, ne, jetzt verstehe ich jetzt. Alles klar. Ja! Das... Du Knopfvergewaltiger! Verkacken! Verkacken! Ja, warte! Dann hab ich auch nicht gerechnet! Ich wusste gerade noch gucken, wenn ich... Voll mies! Voll mies! So ein Kackstier. Ist das der, der ist so asozial? Egal! Ist das der, den du meintest eben? Nee. Doch, du hast Hayachi! Nee, das bin ich nicht, den ich meinte. Also... Neee. Bam-bam-bam-bam-bam-bam! Und jetzt? Oh! Nochmal! Versuch mal, wo ist das mit? Ja! Nein! Zack! 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 aber wir spielen sowieso best of free leute das heißt jeder gewinne jetzt sozusagen wer gewonnen hat der hat sozusagen einen punkt und best of free ich habe mich schon so komplett so rein zu steigern das hast du das hast du ja aber dafür ist ganz bekannt dass der er mit seinen händen kämpft mit den füßen weil er sollte so kurze stammgefüße so ich schaue mal ich sind nicht zu greifen das wäre geil wenn ich nicht greifen könnte ich probiere mal was aus ich führe sowieso ich weiß nicht aber ich kann ein bisschen experimentieren ich höre ja eh das tut mir nicht weh jetzt wird es aber zimmerlich nein ok aber jetzt muss ich wieder anstrengen weil ganz wichtig ist auch noch draufschlagen weil wir sehen auch schon die verschiedenen spieltaktiken du spielst tatsächlich so ich spiele so und bei tecken kann man auch mehr oder die knüpfe so gleichzeitig ist ja ich mache ich mache also wir schauen mal warte wieso ist das nicht hin ich hab's nicht mal hingesetzt gerade eben und wenn du jetzt mal genau hingeguckt hättest du siehst dass ich zwei verschiedene tricks techniken habe und die habe ich gerade kombiniert perfektioniert das ist ja 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 hier sie ist also ich meine kannst du nicht sagen zu null ist jetzt entscheidend ist die kämpfe sind kurz best of free oder best of five best of free das macht die ganze sache knackiger und mega spannend rückkampf jetzt wird es hart und ich habe angst ich glaube ich verliere ich habe auf jeden fall einen todespuls und ich hoffe das werde ich auch nicht verlieren wir haben auch kein strafe aber ich erinnere ich erinnere nur an ost der hat damals die mehldusche von mir bekommen todespuls dann gab's hau ab verpiss dich ich möchte dich deine mitte beleidigen aber ich bin jetzt kurz davor mach mal das so im keller oder was ja rum so nein entscheidender ich habe schon zu viel geschmeckt ich habe schon zu viel geschnackt darf ich den Fuß spüren? ja der ist hoch der ist wirklich hoch ich meine der ist eigentlich hoch ich hasse ich hasse ja was zum hänker du Fußtreter nein 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 dieser fuß der ist so overpowered ne da kann ich gar nicht gewinnen nein 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 ja ja kack ich freu mich wir haben verloren ja wir sehen uns gleich in einer Sekunde schüttelchen zu voraus schüttelchen ich hätt ihn gerade noch und gleich leute sehen wir die Champagnerdusche bis gleich uuuuuh so da sind wir jetzt zur Bestrafung ich habe mich gerade eben schon gefragt eigentlich bin ich doch der Gewinner ich werde doch jetzt gekündet oder nicht was ich gut finde du bist aus dem König um sich Sachen schönreden Du hättest noch nie verloren. Noch nie verloren. Niemal. Dafür muss der größte Gaming-Depp erstmal rumkommen. Immer den Kreis drücken. Mach jetzt einfach so. So. Ich hab Angst. Ich auch. Na gut. Ich wette, du machst dich mehr drücklicher als mich. Töne mich! Ja, ja, alles gut. Nein, ich wette, du machst dich mehr drücken. Ja, ja. Oh! Komm! 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 Untertitelung des ZDF, 2020